Guten Morgen zum Märkte am Morgen. Wir springen gleich ins Geschehen hinein, schauen nach Frankfurt zu meiner Kollegin Joana Krämer. Dir einen schönen guten Morgen. Tja, jede Menge Zahlen, die heute Morgen über die Ticker gelaufen sind und die sind überraschend gut ausgefallen. Was heißt das für den DAX? Schönen guten Morgen, lieber Martin. Ja, wir hoffen natürlich, dass es mal wieder endlich über die 12.600-Punkte-Marke ein ganzes Stück weit hinausgehen könnte. Aber die ersten Berechnungen ergeben trotzdem, dass der DAX weiterhin in dieser Schaukelbörse verharren wird. Du hast schon richtig gesagt, wir haben natürlich heute wieder mal eine wahre Flut an Unternehmenszahlen aus dem DAX. Sechs Stück an der Zahl werden die Bücher öffnen. Ein Teil davon hat schon mal Einblicke gewährt. Und ja, die sind besser ausgefallen, als man häufig erwartet hatte oder waren eben wie erwartet ausgefallen. Nichtsdestotrotz hat man aber natürlich auch diese Einbußen durch die Corona-Krise zu verschmerzen. Und es sind ja nicht nur die Unternehmenszahlen, sondern wir schauen natürlich auch, was passiert in Übersee. Wir warten natürlich in den USA darauf, dass sich Demokraten und Republikaner möglicherweise Ende der Woche schon einigen könnten auf ein neues Corona-Hilfspaket. In Asien dagegen gibt es jetzt erstmal nicht so die positiven Nachrichten, denn hier sind alle Indizes deutlich im roten Bereich. Dementsprechend gehen wir eigentlich davon aus, dass der DAX die Gewinne, die wir gestern eingefahren haben, also dieses halbe Prozent, möglicherweise heute direkt zum Auftakt wieder abgeben könnte. Aber noch ist es ja nicht losgegangen. Das heißt, ein kleines bisschen Hoffnung haben wir noch, dass die ganze Sache sich drehen kann. Genau, und die Hoffnung stirbt bekanntermaßen zuletzt. Also dir schönen Dank, schönen Tag nach Frankfurt. Und wir schauen jetzt mal ganz kurz an, worüber wir gerade gesprochen hatten. Also, die Amerikaner gestern gut aufgelegt, waren allerdings einige wenige Werte, die hier tatsächlich die Indizes nach oben getrieben haben. Die Kollegin hat es gerade angesprochen, Asien heute Morgen, da ist die Stimmung eher, wie bei uns morgens am Frühstückstisch, gedämpft. Die müssen erst, glaube ich, noch wach werden oder, naja, bei denen ist es ja schon später. Also von daher, da wird wohl nicht mehr allzu viel gerissen werden. Schauen wir uns mal die ersten Charts an, die wir dabei haben. Ich hatte ja gerade schon gesagt, es waren einige wenige jetzt gerade, was den Dow betrifft. Wir sehen eine Walt Disney, die hier gestern wirklich ganz stark performt hat. 70 Punkte ging es nach oben, also 70 Dow-Punkte ging es wegen Disney nach oben, so rum. Die Aktie um 8,8 Prozent gestiegen. Ich hatte es gestern mit dabei. Ja, das Geschäft mit Vergnügungsparks ist völlig eingebrochen. 85 Prozent minus Studio-Geschäft minus 55 Prozent. Aber, 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 das Geschäft mit den Privatkunden für die Streaming-Plattform läuft ganz hervorragend. Disney Plus, ESPN Plus, das ist der Sportsender. Da hatte man gesagt, naja, sie hatten einige Martial-Arts-Veranstaltungen letztendlich. Die haben offensichtlich dazu geführt, dass die Leute ja ohnehin etwas gelangweilt in der Corona-Zeit, dass die hier vermehrt zugegriffen haben. Also da gab es auch deutliche Zugewinne bei den Neukunden und natürlich bei Hulu. Und das hat letztendlich dazu geführt, dass man gesagt hat, okay, auf der einen Seite das andere Geschäft wird schon wieder kommen. Irgendwann werden die Vergnügungsparks wieder aufgemacht haben und dann läuft das auch wieder und die Studios dasselbe. Und in der Zwischenzeit muss halt irgendwie hier letztendlich diese Plattform, also Disney Plus etc. pp. das Ganze so ein bisschen rausholen. Boeing, 63 Punkte haben die gestern ausgemacht, da ging es 5% nach oben. Visa war noch mit dabei. Also Sie sehen, es waren einige wenige Unternehmen, die hier tatsächlich hochgezogen haben. Es waren bei Weipen nicht alle Unternehmen im Plus. Wir haben 2, 4, 6, 8, 10, 11, also rund ein Drittel der Dauwerte, hat tatsächlich überhaupt gar keinen Gewinn erzielt. Aber bei Disney, wie gesagt, eine ganz starke Sache. Mich hat es persönlich gefreut. Wir haben den Sprung über die 200-Tage-Linie und damit ein kleines Kaufsignal, wenn es sich hier in den kommenden Tagen vielleicht durchsetzen kann, dass wir uns da ein bisschen noch absetzen. Goldpreis, tja, 2037 mittlerweile scheint kein Halten mehr zu geben. Jetzt ist die nächste Stufe gezündet. Ich hätte eher damit gerechnet, dass bei 2000, dass es mal so ein bisschen nach unten dreht, weil ganz einfach, das war eine wichtige Marke. Und dann sagen viele, naja gut, wissen wir nicht genau, wie es weitergeht. Schauen wir mal, dass wir uns erstmal die Gewinne sichern. Der Markt sieht es offensichtlich etwas anders, läuft hier drüber. Ich habe mit meinem Kollegen Markus Bussler über die Thematik natürlich auch gesprochen. Er sagt, klar, Gold ist eine Krisenwährung, ist auch eine Sicherheitswährung. Immer dann, wenn es irgendwo Krisen auf der Welt gibt und wir haben genügend Krisen momentan auf der Welt, dann greifen die Leute zu Gold. Er sagt aber auch, es ist mittlerweile einfach nur eine weitere Asset-Klasse. Da ist so viel Geld im Markt drin, die Leute schauen, wo läuft es, Gold läuft, dann wird in den Goldmarkt investiert. Und da der ja bei Weipen nicht so groß ist wie die Aktienmärkte beispielsweise, sorgt dann dieser Mittelzufluss eben für die steigenden Kurse. Also er sagt Sicherheit ja auf der einen Seite, auf der anderen Seite mittlerweile eine ganz normale Asset-Klasse. So, schauen wir uns mal Siemens an. Die haben nämlich heute Morgen Zahlen gemeldet und die sind gar nicht schlecht ausgefallen. Also sie sind nicht gut ausgefallen. Aber der Umsatzrückgang lediglich in Anführungsstrichen 5% auf 13,5 Milliarden Euro und die Software-Sparte hat sich sehr wacker geschlagen. Da ist der Gewinn um 62% gestiegen. Das Gesamt sorgt letztendlich dafür, dass die Aktie heute Morgen vorbörsig 3% im positiven Bereich ist und hier greifen die Anleger zu. Munich Reet, die hat das Coronavirus voll erwischt, muss man so sehen. Im letzten Quartal 700 Millionen Euro hat der Konzern letztendlich alleine für Schäden durch das Coronavirus bezahlen müssen. Und das hat sich natürlich auch auf die Gewinne durchgeschlagen. Der Gewinn im zweiten Quartal deutlich auf 579 Millionen Euro gesunken. Und weiterhin sagt das Unternehmen, es ist noch zu früh, um eine Prognose für 2020 herauszugeben. Und wir halten uns bedeckt, weil die Zeiten momentan das eigentlich gar nicht zulassen. Adidas, sehr gute, nein, es waren keine sehr guten Ergebnisse. Es sind gute Ergebnisse, das muss man sagen. Der Umsatz 3,6 Milliarden Euro und damit deutlich über den Erwartungen, die bei 3,2 Milliarden gelegen haben. Wie ist das passiert? Weil zwei Bereiche sehr gut gelaufen sind. Nämlich das Nordamerikageschäft. Da hat man mehr als 700 Millionen Euro Umsatz eingefahren. Und da war etwa mit so um die 520 Millionen gerechnet worden. Und das Europageschäft hat sich ebenfalls gut entwickelt. Und das treibt letztendlich oder das hat das Gesamtergebnis dann nach oben getrieben. Shop-Apotheke mit endgültigen Q2-Zahlen. Ja, war mehr oder weniger. Es war ja alles bekannt. Das wurde jetzt nochmal bestätigt. Das Wachstum, 42 Prozent beim Umsatz und eine positive EBITDA-Entwicklung letztendlich. Natürlich, das Unternehmen schreibt noch Verluste, aber sie werden offensichtlich früher in die Gewinnzone finden, als das der Markt insgesamt angenommen hatte. Mein Kollege Michel Döpke, der sagte, bei Schwäche ist das für ihn ohnehin ein Kauf. Man sollte wirklich nicht den Fehler begehen und jetzt hier schon aussteigen wollen. Also er sagt, einfach die Position weiter laufen lassen. New Work, tja, noch nicht so der richtige Krisengewinner, aber sie haben ordentliche Ergebnisse erzielt. Der Umsatz im ersten Halbjahr lag bei 136 Millionen Euro, das ist ein Plus von 6 Prozent. Und für 2020 ist man zuversichtlich, dass letztendlich die anvisierten 275 bis 285 Millionen Euro beim Umsatz erzielt werden können. Ein sehr spannender Chart. Wir sind seit einigen Wochen mehr oder weniger hier in dieser Seitwärtsbewegung gefangen, sind aber oberhalb der 200-Tage-Linie. Könnte jetzt natürlich durchaus so einen Impuls geben, dass wir hier oben dann ausbrechen. Dann sollten relativ schnell 300 Euro und darüber erreichbar sein. So, also wir haben jede Menge Zahlen, die müssen die Anleger jetzt erstmal verarbeiten. So rum wird ein Schuh draus. Schauen wir mal, was der Markt noch draus macht. Am Nachmittag dann natürlich die Amerikaner, die ja gestern tatsächlich noch schwache Arbeitsmarktdaten zu verkraften hatten. Mal schauen, was die heute noch nachlegen können. Und wir sehen uns dann um 14.40 Uhr mit der US-Vorbörse wieder. Bis dahin, tschüss. Bis dahin, tschüss.